hier ist unser leuchtturm der leuchtturm von akona glas es patent geschützt den gibt es nur bei uns wir zeigen ihn heute wie er in zähne gesetzt wird er besteht aus drei teilen das teelicht wird in den glasbleche einsatz umgesetzt in den leuchtturm wird unser glas schiff eingesetzt das können sie so machen oder sie können auch ihre eigene dekoration verwenden bei uns gibt es noch den neptun die mehrjungfrau oder den sanddorn dann wird mit destilliertem wasser aufgefüllt dabei entsteht eine linse und die eindekoration in dem fall unser schiff wird vergrößert jetzt noch das teelicht anzünden vorher das schiff etwas vermitteln und schon haben wir einen leuchtturm der nicht nur so aussieht wie ein leuchtturm der auch richtig leuchtet wie ein leuchtturm das destillierte wasser wird aufgefüllt bis zu den zwei bohrungen die sie im oberen teil des leuchtturm sehen